buch und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist jen yakuza mit einer neuen folge von tombrider rise of the tombrider so in der letzte folge haben wir gegen den bergen bekämpft und jetzt die trinity sind jetzt da und leider hat jetzt ist es ein bisschen stärker geworden und ja wie es weitergeht von mir jetzt verdammt er ist noch da Okay, gegen den Bären. Oh. Der Bär ist tot. Oh, cool. Okay. Okay. Cool. Waffenteile. Stämmen Sie Truhlen auf und Waffenteile und Upgrades-Vaktoren zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Bareslager zu schalten. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Schasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Hmm. Was ist das? Hey, wo bin ich denn hier? Wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svedlojar halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Scheiße, das wird echt kalt. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Wow. Noch mehr haben wir am Golisch gelernt. Oh, wir tauchen. Was ist denn da? Eine Pfeise diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels, ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Hä. Mehr Mongolisch gelernt. Dickei, Eisenhaut. Gute. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Dann gehen wir mal dahin. Die Maria Adola sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe sechs der besten Trinity Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Hall. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und die Kälte sitzt mir in den Knochen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen. Ja, das Schiff. Ach so? Oh! Ah, so geht das. Nein! So. Schiff, mal sehen, was da oben ist. Schiff, 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 schiff. Ach, sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Krass. Krass. Das beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Ah, alte Fähigkeit. Schießen sie schneller hintereinander bis zu zwei Pfeilen ab, ohne erst aus den Köchern eine 9 ziehen zu müssen. Schießen sie rasch Pfeile ab, indem sie den Abschluss, das erste Pfeil, schnell R2 drücken und loslassen. Okay, machen wir mal. Wow. Geil. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen, und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Ich habe immer noch ein Schiff über den Fall. Ach, da ist ein Relikt. Ach, da ist ein Relikt. Oh, ich wusste es nicht mal. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden. Aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity Orden zurückkehren. Nur noch einen Tag, dann habe ich ihn. Perfekt. Sowjetanlagen. Sowjetanlagen. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer dahinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Batman. Batman. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht nachfahrende Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Cool. 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 Hä? Achso, da geht es wieder nach oben. Da ist was. Perfekt. Das ist ein Kogos von Nisea, der Astronom. Was ist das? Ach, da geht es weiter. Achso, da geht es weiter. Das ist ein Kogos von Nisea. Das ist ein Kogos von Nisea. Der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Das ist ein Kogos von Nisea. Da ist nichts. Das ist ein Kogos. Und was war da? Das ist ein Kogos von Nisea. 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 Und ich lebe. Das ist ein Kogos von Nisea. 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 So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greif drei bewaffnete Männer mit einer Axt ab. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Zusammenbleiben. Moment mal. Da ist irgendwas. Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Wir können noch mehr von ihnen. Griechen. Wir können noch mehr von ihnen. Die Munition hat Rio-Betit. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Die meisten Rationen sind bei den Explosionen abgeladen. Komm her. Wir können noch mehr von ihnen. Angriff. Durchsucht das Gebiet. Wir können noch mehr von ihnen. Wir können noch mehr von ihnen. Das war's. Ach, komm. Wer ist denn das? Ist das Lenin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret. Die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Hallo, stirbt doch endlich. Ja, ja, im Arsch. Wer Lenin ist, ich kann euch sagen, wer Lenin ist. Lenin war ein Kommunist, der auch Millionen von Menschen umgebracht hat. Genauso wie den Moment ... Genauso wie das? Oh, shit! Okay... Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! The pain of my head is a suspect. You must die, you must die. You must die. You must die. Not just you. Your entire family! Everyone... ...a demon... die rote armee kommt hierher ich verfolge sie schon seit wochen ich habe zugesehen wie hunderte von ihnen eisen streben auf dem eis verlegen viele sind gestorben und ihre körper hat man einfach in der tundra zurückgelassen kein übergangs ritual weder begräbnis noch einäscherung diese neuen invasoren sind grausame gottlose männer sind sie auf die wertvollen metalle des berges aus oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen quelle angezogen mein volk muss sich wieder für den krieg rösten das spricht lateinisch agios oteos agios prophetis sie haben ihn gefangen oh nein 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 ich weiß schon ich weiß nicht ob ich das leck schließen kann du hattest die verantwortung ja so viel widerstand war unerwartet du solltest beobachten mein zweites paar augen sein du musst wissen was bei dieser operation auf dem spiel steht ja aber nein nein du solltest du nicht nein wie könnte das jemand ja 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 und ja du ja ja Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Oh Gott! Bitte! Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoff-Lag. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir's. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Alter, oder? Okay, Leute, ich sag jetzt mal, ich mach jetzt den Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr könnt es mir gerne unter den Kommentaren schreiben. Und ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Dann sage ich mal, Oruba, Ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.